Drei, zwei, eins, zack! Was?! Let's go! Oh, lol! Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator Code Lucas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle sieben Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, ihr seht schon, wir sind hier mit einem riesigen Bildschirm einfach mal am Start. Mega, mega krass, wo wir heute ein Opening machen werden. Und ja, Jonas ist natürlich auch am Start. Mein Moin! Hallo! Genau, und wir werden immer einfach raten, welche Seltenheit werden wir ziehen. Das heißt, wir battlen uns sozusagen. Immer der, der quasi richtig kriegt den Punkt. Die folgende Punkteskalas zählt hier. Wenn ich zum Beispiel richtig rat, ich ziehe einen legendären. Ich kriege zehn Punkte. Und je nachdem, was Jonas eben erzählt, kriegt er dann natürlich auch Punkte. Lasst auf jeden Fall schon mal einen Like da, Leute. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das auf diesem riesigen Bildschirm einfach mal laufen wird. Und ich würde sagen, let's go! So, Freunde. Also das Opening werde ich auf jeden Fall jetzt hier machen. Wir gehen einfach mal auf den Brawl Pass, würde ich sagen. Oh mein Gott, das fühlt sich so komisch an, Leute, mit so einem riesigen Bildschirm. Und jetzt gehen wir auf aktivieren, würde ich einfach mal sagen. Let's go! Natürlich plus zehn Stufen, Freunde, ihr wisst Bescheid. Wir hören uns einfach mal. Let's go! Und ja, drei, zwei, eins. Boom! Oh mein Gott, Digga. Das ist echt zu nice. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, ja, aufzudämmen werden wir natürlich jetzt einfach mal. Wir sehen uns gleich. So, Freunde. Wir sind jetzt komplett durch mit dem Brawl Pass. Gleich geht es also richtig ab. Wir gehen erstmal hier nochmal zurück. Und natürlich nochmal in den Shop, Freunde. Denn hier gibt es noch etwas Wichtiges, was ich euch zeigen muss, auf jeden Fall. Ja, Creator kommt Lukas, Freunde, immer schön eingeben. Auch wenn ihr an einem XXL-Bildschirm auf jeden Fall am Start seid. Kostenlose Support. Wir sagen, let's go! Und ja, dann würde ich sagen, Freunde, gehen wir wieder in den Brawl Pass. Und dann können wir auch mal starten mit Super Ranger Block. Let's go! Einfach mal. Da haben wir jetzt schon mal. Ja, das ist schon witzig. Das sieht heftig aus. Das ist echt witzig. Also da müssen wir jetzt natürlich noch nicht raten. Und dann war der Rock Skin. Let's go! Und dann würde ich sagen, Freunde, werden jetzt nochmal die ganzen Gems, Münzen und so weiter abholen. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. So, Freunde. Natürlich auch noch der Nita wird hier abgeholt. Einfach mal erstmal die Brawl Box. Let's go! 3, 2, 1 und boom! Nice! Okay. Weiter geht's. Und noch einmal. Let's go! Zack! Und Leute, 3, 2, 1! Ja, Mann! Der Ehrenmann! Wir haben jetzt auch nochmal am Start. Sehr schön. Ja, damit würde ich sagen, let's go, Freunde. Starten wir gleich rein. Vorher natürlich nochmal wichtig. Bald kommt das Der Nita Kissen Paket einfach mal raus, Freunde. Alter, richtig, richtig da ist. Wir haben hier unser schönes Der Nita Kissen, Leute. Das ist mega cool. Im Paket dazu bekommt man natürlich auch die Der Nita Brotdose, Leute. Die ist auch mega, mega cool. Und ja, da passt auch wirklich viel rein. Also wir haben extra drauf geachtet, dass sie auch natürlich einen Nutzen hat. Und natürlich dann noch die Der Nita Sticker, Leute. In diesem Der Nita Style eben von OG Logo. Und natürlich nicht vergessen, Leute, das Hashtag Der Poster. Fickt ihr dann auch noch dazu, was euch irgendwo hinhängen können. Und ja, das Ganze am 5.9. um 14 Uhr, Leute. Auf dermash.de. Gönnt es euch. So, Freunde. Search muss natürlich auch noch abgeholt werden. 3, 2, 1. Go! Oh mein Gott! Search gezogen. Ich war's. Und jetzt beginnt es natürlich so richtig. Das Ding ist, Jonas, wir wissen ja, welche Seltenheiten am Anfang immer kommen. Ja, das ist schon schwer zu erwarten. Ja, das ist auf jeden Fall. Da würde ich sagen, da machen wir die Brawler, würde ich auch sagen. So, Freunde, starten wir auf jeden Fall die erste Big Box. Ja. Let's go. Öffnen einfach mal. Und wir haben, oh, 3 verbleibende. Ich muss natürlich gucken, dass ich das nicht verdecke. Die verbleibende Anzahl. Okay, da blickt nichts. Genau. Let's go. Zack. Und die Brawl Box öffnen wir auf jeden Fall auch nochmal direkt. Let's go. Zwei verbleibende. Okay. Und nochmal. Zack. Und dann die Big Box. Let's go. Da könnte schon mal das erste drin sein, glaube ich. Schauen wir mal nach. Genau. Okay. Genau. Wir wissen, beides wird ein seltener Brawler am Anfang natürlich. Ich tippe, wir ziehen den Box ab. Die Super-Sell-ID. Okay. 3, 2, 1. Yes. Was? Let's go. Oh mein Gott. Ein Punkt. Ein Punkt. Ein Punkt. Aber kriege ich immer nur einen? Bei 2 selten immer nur einen. Bei Super-Sellten erst dann 2 schon. Okay, okay. Die Brawl Box, Leute. Let's go. Weiter geht's. 2 verbleibende. Zack. Zack. Und... Zack. Ja, der Touchdown hängt man schon durch. Ja, der ist ein bisschen verzögert ab und so. Freunde, das ist ja kürzlich klar. Let's go. Und wir öffnen die Box. 4 verbleibende. 4 verbleibende. Oh, lol. 4 verbleibende in der Big Box. Let's go. Leute, lassen Sie da. 4 verbleibende in der Big Box. Ja, wir werden wahrscheinlich nur paar auch funktioniert haben, so wie ich diese Boxen kenne. Ja. Die geben gar keinen Sinn. Ja, ja. Ich peine das nicht. Immer so einmal. Und ja, nächste Big Box. Let's go, Freunde. 3, 2, 1. Zack. 2 verbleibende. Und ja, 0. Da war auf jeden Fall nichts drin. Und die Big Box, äh, die Big Box. Ich schluss mit 3, 1, 6. So. Ja. Endlich. Okay. Diesmal darfst du zuerst raten. Das ist jetzt noch seltener, ne? Ich sag Boxerin. Und go. Oh mein Gott, Junge. Das kann nicht sein, ey. Let's go. Okay, weiter geht's. Let's go. So. Die 24er Brawl Box. Let's go. 2 verbleibende. Und ja, wenn mich mein Mega Box oder Big Box Wissen nicht enttäuscht, wird der super selten drin sein in der 25er Box. Let's go. Und ja. Und nochmal einmal. Ja, sehr schön. Ich tippe, wir ziehen den ersten Brawler, Jackie. Ich sage Riko. Okay, 3, 2, 1, go. Yes. Was, Digga? Als ob? Junge ist dir das mal richtig geraten. Ey, unwahrscheinlich. Das ist echt krank. Oh mein Gott, Digga. Ey, Junge tippt mich dir irgendwie an. Aber ein Legendary, wenn du richtig rätst, du bist halt schon vor. Das stimmt, ja, das stimmt. Ab jetzt raten wir ja die Seltenheiten, ne? Das heißt, genau, über welche seltenheiten wir ziehen. So, Freunde, was wir jetzt noch machen, ist natürlich die Brawler abzubraden. Das heißt, wir sehen uns gleich. So, Freunde, ihr seht, wir haben jetzt einen perfekten Account. Ich bin mal sehr gespannt. Wir gehen mal wieder zurück hier. Let's go in den Brawl Pass. Und dann starten wir einfach mal mit der ersten Mega Box. Ich bin sehr gespannt. Wir tippen, wie gesagt, immer die Seltenheit. Ihr könnt mit tippen und sagen, let's go, Alter. Ich bin gespannt. 3, 2, 1 und go. Oh mein Gott, 5. 5 verbleiben, ne? Kann trotzdem was sein, man weiß es nie. So, 3, 2, nein. Okay, schade. So, Stufe 40, let's go. 3, 2, 1 und go. So, Freunde, wir kommen zur 45er, wir kommen sogar noch mal was upgraden. Ich bin sehr gespannt. 3, 2, 1, go. Oh, lol. Okay, okay, okay. 7. Ey, mal schauen, welche Zahl blinkt. Also, vielleicht die blinken die 2. Wir müssen mal gucken, Freunde. Let's go. Und die 3 vielleicht? Okay, die 2 blinkt. Passt auf jeden Fall. Okay, Freunde, würde ich sagen, Jonas, kannst du schon mal anfangen. Was glaubst du, was wird hier drin sein? Selten. Zweimal selten, oder was? Ne, einmal selten, einmal super selten, würde ich sagen. Ich sage, zweimal selten. Okay. 3, 2, 1, go. Okay, ich weiß es. Und 3, 2, 1, let's go. Ja, okay. Beide einen Punkt. Dinge, beide einen Punkt, ja. Auf jeden Fall Kevin Moimo. Und zur 51er-Biegelbox kommen wir jetzt, let's go. 3, 2, 1, go. Ey, Mann. Digga, das kann doch nicht wahr sein. Die nächste Box. 3, 2, 1, go. Hä? Lol. Das ist echt, das ist echt. Oh, lol. Das haben wir gar nicht tippen können. Ja, das stimmt. Wir haben jetzt nicht tippen können. Gut für mich, forsch mit 9. Das war lost, ehrlich gesagt. Ey, Hauptsache, wir können auch einen seltenen ziehen mit der F. 3, 2, 1, go. Hä? Was ist das denn? Wollen die mich komplett tops nehmen? Digga, hallo. Vielleicht ist das Open House off? Nee. Ja, ey, das ist so ein Witz. Ey, ich wollte mich echt komplett tops nehmen hier auf dem Fernseher heute. Let's go, die 69er, Leute. Ah, vielleicht regelt die. 3, 2, 1, go. So, ja. Yes, 6 verbleiben. 6 verbleiben, ne? Dann schauen wir mal nach. So, okay. Ich tippe selten. Ich auch. Okay, gucken wir nach. 3, 2, 1, go. Ja, ja. Also meine Taktik ist einfach auf dich zu warten. Dann machen wir ohne Stimmen. Ja, genau. Ja, nee, du musst erst tippen. Müssen wir mit dem normalen Box weitermachen. Let's go. Und wir starten rein. 6 verbleiben. Okay, gucken wir mal nach. Also wir haben noch ein paar Gems. Was tippst du? Okay, ich muss zuerst. Ja, ich muss zuerst. Ja. Ich sag E-Fisch. Okay. 3, 2, 1, go. Boah, Junge. Ja, das neue Gätschit. Ja, das neue Gätschit vom Boxer. So, dann weiter geht's. Die nächste Box. Let's go. Und wir starten. Racht. Oh, wieder 6 verbleiben. Okay. Das geht mir mal vor. Was tippst du? Gibt ja super sind. Ich tippe E-Fisch. Let's go. Oh, ja. Let's go. Ril. Nice. Na, nie. Leute, da habe ich mal 3 Punkte auf meinen Nacken. Da habe ich auf jeden Fall gut gezählt, Leute. Und weiter geht's auf jeden Fall. Sehr, sehr nice. So, nächste Mega Box direkt, ohne lang zu facken, Leute. Weiter geht's. Go. Oh, 6 verbleibende. Okay. Ja, super selten. Episch. Okay. Da habe ich noch so schief geht. 3, 2, 1. Ah, Junge. Junge, get it, ey. Lost. Let's go, die Mega Box. 3, 2, 1. 6 verbleibende. Okay. Okay, okay. Ich tippe super selten. Ich mache noch safe. Ah, okay. Ich würde halt auch, ich sage, ich muss auch super selten sagen. Ich habe es eben schon gesagt. Ja, das war halt auch wirs. Ja, ne, aber so viel. Ja, ja, ja. 3, 2, 1. Go. Ich glaube, sieben. Oh, ja, okay. Das heißt. Nochmal sieben, Freunde. Okay, vielleicht blinkt ihr auch die drei, man weiß es nicht. Mal schauen. Ne, die zwei. Ich glaube, aber es ist spannend, weil die selten halten. Sind sie noch selten? Ja, für mich. Ich sage es super selten und mütig. Oha, okay. Ich sage es super selten und episch. Ja, ja, klar. 3, 2, 1. Go. Ja, ihr klar. Und 3, 2, 1. Go. Oh, ja. Aber es ist schon da, ist auf dem Skid. Das muss ich auch schon sagen. Ja, safe. Also wenn ihr das feiert, können wir gerne öfter sowas machen. Und weiter geht es mit den Boxen. 3, 2, 1. Komm. Ja. Sechs verbleiben, ne? Okay, ich schaue noch mal nach. Episch. Ich sage mythisch. Und go. Oh, Mann, das ist echt los. Go. Ja. Sechs verbleiben, ne? Ich habe bitte jetzt kein Gadget. Super selten. Ja. Episch. Und go. Ja, Mann, ey. Alter. Das ist das komplett. Okay. Boom, boom, zack, boom. Gleiches näher. Let's go. Oh, oh, lol. Was ist die letzte? Ich weiß nicht. 3 mal 7. Okay, 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 okay. Okay, Leute. Episch und mythisch. Ich hau mal raus. Ich sage super selten und mythisch. Okay. Okay, let's go. Na, ein Gadget. Oh, ja. Oh, Mann, Alter. Freunde, dann würde ich sagen, eine haben wir auch. Eine Box. Letzte Begabox kommt. Letzte Megabox, gönnen. Was kommt jetzt? Leute, ich würde sagen, wir laden noch mal ein bisschen Jubelen auf. So, Kauf war erfolgreich, Leute. Auch am Fernsehen müssen wir hier ein bisschen übertreiben mit dem Jubelen. Let's go. Nice. Und dann gucken wir noch mal bei den Brawl on. Leute, train noch mal ab. Dann sehen wir uns. So, Freunde, zufrieden waren wir auf jeden Fall bisher noch nicht. Das heißt, weiter geht's. Let's go mit dem nächsten Jubelen. 3, 2, 1. 5. Ah. Oh, ein Big Bulls. Dann hast du auch nicht vergessen. Ja, die haben wir auch noch natürlich. Das stimmt. Gön. Hä? Oh, ja. Gön. Ey, Mann. Das kann nicht wahr sein. Immer fünftiger. Gön. 6 verbleibende. Okay, ich sage mal, die Chance ist gestiegen. Mythisch. Episch. 3, 2, 1. Yes. Alter. Oh mein Gott. Aber wie kann man nur so viel Patchen haben? Wir haben keinen mythischen, die kann legendieren. Das ist echt verrückt. Also echt mega, mega, mies. So, Leute. Auf jeden Fall. Nächste Megabox. Let's go. 3, 2, 1. Go. Oh, ja. 6 verbleibende Gegenstände. Okay. Mythisch. Komm. Mach mal richtig riesig. Ja, mach chromatisch. Also geil. Oh, Junge. 3, 2, 1. Go. Mann, Kevin. Klappt daneben. So, Freunde. Gehen wir nochmal in den Brawl Pass. Da haben wir übrigens auch ein paar Boxen. Let's go. Gön. 80 Münzen sind eigentlich zu viel. Ne. Weiter geht's jetzt. Hallo. Oh, Mann. Gön. Bruder. Leute, ich werde noch so viel Geld heute ausgeben. Oh, mein Gott. Das kenne ich. Das kenne ich von meinem. Okay. So, Freunde. Wir müssen leider nochmal aufladen. Brawl Pass zwingt uns im Endeffekt hier dazu. So. Kauf war erfolgreich, Leute. Oh, mein Gott. Ey. Ich bin jetzt absolut wirklich getriggert. Also, ich bin richtig aggressiv gerade. Ich weiß nicht, ob ihr mir das anmerkt. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall weitermachen. Gön. Gön. Ohne Witz. Okay, Freunde. Weiter geht's auf jeden Fall. Let's go. Oh, sechs auf live, ne? Ja, dann schauen wir auf die 1.000 Euro kracken. Oh, noll. Glück gab es das dieses Mal. Okay, ich tipp. Komm. Ich sag mal, wie ich jetzt. Leute, legendär. Muss das wirklich. Oh, mein Gott. 3, 2, 1. Oh, listen, Gadgets. Star Power. Ey, das ist nur ein Ding noch gewesen, ne? Ja, ja. Oh, Mann. Junge, ich bin echt so. Ich bin so traurig. Ich bin so traurig. Oh, Mann. Weiter geht's. Ich bin noch nie so lange gestartet bei einem Video, Freunde. Ich sag's euch. Weiter geht's. Go. Ja. Sechs verbleiben sie. Boah, also wenn es müde ist, komm. Muss. Okay, komm. Leute, legendär jetzt. 3, 2, 1. Oh, lol. Alter. Oh, mein Gott. Ja, aber jetzt ist hier die Flügel absolut am Start. Ja, jetzt hast du das nicht richtig krass. Boah. Ja, jetzt liegst du schon krass vorne. Gön. Ja. Sechs verbleibende. Mythisch. Episch. Oh. Oh, Pippa. Wichtige Punkte. Ja. So, Leute. Weiter geht's auf jeden Fall. Go. Und ich bin mal gespannt. Wir starten rein. Ja. Sechs verbleiben sie direkt. Äh, episch. Ja, guck mal, sag ich dir gegen dir. Gön. Oh, was? Oh, was? Junge, ich wollte es müthisch sagen. Junge. Aber nice. Seid müthisch zumindest. Wusstet aber mal langsam. Ja, stimmt echt. Aber immerhin. Und. Was? Let's go. Affa bleiben, Digga. Oh mein Gott, zu spät. Oh mein Gott. Junge, auf dem Monitor, wie geil das ist. So. Leute. Ja, Mann. Hi. Ja, das ist mein neuer Freund. Freunde, auf jeden Fall die 8. Also ich hab hier jetzt natürlich nicht drauf gedrückt, sonst hätte ich ja getrückt. Alter, ultra nice, Leute. Wirklich. Ehrenmann, sag ich euch. Ist das. So. Okay. 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 Okay, das macht sich bereit. Jetzt skippt ihr mal bevor. Natürlich langsam, ne? Langsam. Und. Oh. Die 3 links. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Uh. Okay. Jetzt können wir 3 Browler tippen, ne? Bin 3 Browler tippen. Ja, das ist einfach super selten dann. Okay. Ich weiß gar nicht. Ich sag Episch sogar als erstes. Let's go. Was ist das? Super selten. Und. Episch. Super selten. Episch. Was? Digga, der 3. Junge. LOL. Oh mein Gott. Okay. Leute, man muss auf jeden Fall sagen, die Box hat gegönnt. Auf Ehre. Muss ich auch sagen, Ehre. Und ja. Wie viele Jams haben wir eigentlich noch? Wir haben noch. Na. Okay, 2 noch. So Freunde. Let's go. Wir öffnen auf jeden Fall die Box. Go. Komm. Oh mein Gott. Komm bitte, wenn ihr jetzt verbleiben will. Komm. Leute, ich geh aufs Ganze. Da geht der. So sagst du auch? Ja. 3, 2, 1. Ja. Okay. Episch. Die Moody's da mal am Start. Junge, ich will nicht so legendieren sehen. Ja, ja, ja. Das wär schon nice. Und weiter geht's, Leute. Eine Megabox haben wir noch. Die allerletzte Megabox. Go. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Ist okay. 6 Verbleibende. Ich bleib ein Legendier. Ich sag auch legendär. 3, 2, 1. 1. Yes. Das war so. Okay, Leute. Wir haben auf jeden Fall noch meine Star Power. Ja, wir scrollen einfach mal hier ein bisschen durch. Wir sehen auf jeden Fall. Wir haben schon echt viel von diesem Account gemaxed gefühlt, Alter. Das ist komplett eskaliert, Alter. Eieiei, Freunde. Ich hoffe, ihr habt das Format gefeiert. Jonas hat auf jeden Fall eindeutig gewonnen mit dem Rat. Ja. Auf jeden Fall GG. Kannst ja auch nochmal reinkommen. Diga. Auf jeden Fall, Leute. Lasst einen Like, der Jonas ist in der Beschreibung verlinkt. Da werden wir auch so ein Video machen. Und dann würde ich sagen, das war's dann. Und ciao. Ciao. Ciao.